Das könnte interessant wer... wer denn? Ja, ich weiß nicht, was ich... Ja, naja... Es ist nichts wie... ...zurem ein paar Kräte von der Regierung in einem kürzischen Gebäude, ...zurem jemanden zu füllen. Ja... Ich habe ihn gesehen, das letzte Mal, ich habe ihn... BOOM! Oh, meine Damen! Gott, du bist ein Scheiße! Du, du da hinten... Ich weiß, du, aber du... Du, ich weiß nicht. Ja, bis ich sehe eine andere Sache, ...wenn wir es einfach so machen? Steve, was ein Freude, Mann. Er erinnert mich von einem von diesen Leuten, ...die man sieht, dass man kürzische Pille von mitteljährigen Männern ... die keine Erektionen bekommen hat. Hey! Devin Weston? Er ist ein sehr guter Freund von mir, ... also, warum nicht deine Hände sehen? Weil, lass mir dir was erzählen... ... der Mann hat mehr Taille, als... ... als ein Taille-Kercher! Ich habe das nicht richtig gemacht. Du? Wo sind wir? Wo sind wir? Keine Ahnung, Freund. Ja, wir waren. Hey, Paul! Was machen wir hier? Ja? Das! Bitte! Geh das lege-Kercher weg von mir! Nein, nein! Ferdinand! Er ist weg! Er ist weg! Es ist okay! Ich habe ein paar neue Freunde hier. Das ist Michael... ... und das... ... ist Trevor. Nein! Jetzt, unser Freund hier, er sagt, er weiß nicht was. Ich weiß nichts. 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 Bitte. Bitte. Sie wissen, was die Azerbauschalier? Huh? Azerbauschalier! Ich mache Audiovisual, High-Five Audiovisual. Das ist Top Man, Group-Wise, VIP. Sie wissen? Nein! Du bist ein f***er Spie. Und die Azerbauschalier der Azen wissen das. Also, ich muss wissen... Was hast du ihnen gesagt? Und was hast du dir gesagt? Was hast du dir gesagt? Ich habe sie gesagt, was hast du dir gesagt? Ja. Was... Ich... Hey! Was ist das? Das Haus... ... in Rockwood Hills. Der Mann will es. ... in Rockwood Hills. Oh. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Ich gehe. Wir werden ihn sagen. Nein, 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 nein. Wir werden ihn auf die Rockwood Hills... Nein! ... und wenn wir wissen, welcher Mann ist der Mann mit dem Problem, ... du ihn aufhörst. Nein, 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 nein. Ich versuchte von diesen f***er Knitwitz in der Azen, ... und zu all die Glorie. Ich gehe. Hey. Was ist das alles? Ich denke, es ist ein guter Moment, buddy. Ich denke, es ist ein guter Moment. Ich gehe. Ich gehe. ... und äh... ... und äh... ... ich bin nicht hier. Die viel besagte Folter-Szene steht, scheinen wir gleich an. Und das war ja schon bei Heavy Rain mein Lieblingselement. Das war eine ganze Menge Spaß. Äh, die Stelle, die ich nicht gemacht habe, die... ... die Epicoda übernommen hat. ... die mehr ich sehe von deinem Boss, die mehr ich mag ihn. Ich war dich. Ich wäre dich. Ich wäre nicht so kritisch für die andere Assoziationen. ... 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 Ja, das könnte je jetzt halt passieren. Das war ne Falle. Ich war in all den Papers. Ich war auf der Evening-News. Der Mann, der Michael Taunton killte. Ja, das war ziemlich ein Trophie. Ein guter... Oh, shit! Ich war ziemlich ein Trophie. Ein guter Hände, die auf deiner Wallen hängen. Nachdem war das sicher. Nicht jetzt. Also war das vielleicht ne Falle. Das ist Bullshit. An uns damals. Das ist Davey. Sie haben die wirklichen Kuntz der Suburbia hier die letzten paar Wochen. Keine Chance, dass du dein Mann bist. Shit. You are kidding me. I'll call Steve. Wrong house. This guy isn't our guy. Okay, okay, okay. You sure you don't silence him just to make sure? If we're silencing someone, we're silencing the right someone. Get me another address. Cut. I got it. Hey, you want a coffee? Turns out that was the wrong Azerbaijani. We need a new address from Mr. K. Choose your instrument and go to work on it. Where do we start, eh, buddy? Wait. What are you talking about, the wrong guy? No. Who do you want? Just tell me what you want. Huh, man? Huh, please. Look at me. Come on. Do your patriotic duty. I don't know what this is about. Klemmen. Elektro ist immer gut. Sparky Sparky. That's dangerous. You could kill me. You can't. Glaubst du das? Turn him off. Okay, links. Und rechts. Na, komm. Huh, einer geht noch? Nee. Und rechts. Links. Zack. Und hier geht's wieder gut. Wie geht's hier so, huh? Na, willst du jetzt was sagen? 108, 109. 150. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann ihm noch mehr Zeug anlegen, aber... Ja, geht doch. Und links. Das macht so viel Spaß. Wui. Zack. Runde 2. Wie weit ist das wieder? Oh, 2 Kilometer. Äh. Muss das sein? Wie geht die Story von vorhin noch weiter? Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Ich bin. Ja, ich bin. Ich bin. Uh-huh. Wie wurde das angefangen? Ein paar Jahre vorhin kam ein Buch zum Federalen Veranstaltungen zu Brad. Es wurde nicht bezeichnet, aber es gab eine P.O. Box in Sandeyshorns. Ich habe die Partie von Brad und wir haben angefangen eine Korrespondenz. Ja, danke für mich, Davey. Ich war dir ein favorit. Ich dachte, du wolltest wissen, dass er in der gleichen Lage war. Ja, also jetzt was? Ich sitze zurück und hoffe, dass er es nicht herausfinden wird? Ja. Es hat funktioniert so weit. Er ist eine Zeitbomb, Dave, und du wirst es wissen. So. Das kann interessant werden. Aber erstmal checken wir die Gegend aus. Ja, das ist es. Stimmt. Ja, das ist es. Stimmt. Und. Soll ich gedrückt halten? Möbelregal. Ich dachte erst, dass es Benzin nimmt und ich wusste nicht genau, was wir mit Benzin machen sollen. Das ist doch der Sinn von Waterboarding. Hey, 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 hey. Jetzt? Huh? Jetzt? Bereit zu sprechen? Ich bin bereit zu sprechen. Ich bin bereit zu sprechen. Seit dem Tag, ich bin kidnapped sechs Wochen später. Das ist das, was wir Angst haben. Jetzt bin ich noch mehr. So. Ja, ja, ja. Dieser Mann, wir sind nachher. Wie sieht er aus? Average Bild? Average Heid? Middle Age? Ja, ja. Das klingt, wie du bist. Ja, ja. Middle Age, Middle Heid, Middle Build. Whatever. Er ist in der Nähe. 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 Ist das genug für dich? Finne. Das zählt. Wir sind live. Siehst du jemanden da, der in Azerbaijan sein könnte? Was weiß ich? Du könnte in Azerbaijan sein, für alles, was ich weiß. Was sieht einer aus? Sie sehen aus. Die Stadt sieht aus. Die Stadt sieht aus, Davey. Wir müssen den Shah und den Kollapsen des Kommunismus zu beteiligen. Wer ist da? Niemand steht. Nein, sie sind alle in die Nähe. Mach einen Telefon, Dave. Wir brauchen mehr Info über diesen Mann. Sie haben eine Party da unten. Na gut. Das ist nicht so gut, mein Freund. Schau, schau. Schau, ich... 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 Aber das ist kein�도... dass er weiß, wie es abgeht. Jawoll. Und... drunter drei. Ja, das ist ja mein Bart. Ja, das ist ja... Ich meine, ich habe diese beiden, ne? Das ist, glaube ich, einer von denen. Und ich habe die beide, ich sehe die gerade beide, aber ich könnte sie nicht unterscheiden. Wir können nicht weitergehen, und wir können nicht weitergehen. Wir können nicht weitergehen. Das tut mir vielleicht. Ich habe gesagt, er schmutz. Das ist alles, was ich weiß. Back to the roots. 182? Ja, ich gehe dann auf. Warte mal ein bisschen. Mach ich doch nicht. Kann sein Puls mal ein bisschen runtergehen? Ja. 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 Ich weiß nicht nichts, bitte. Ich weiß nichts. Danke, Mr. K. Er ist linksänder. Das ist gut für mich. Steve, es ist fertig. Das ist ein Wettbewerb, meine Freunde. Das ist ein Wettbewerb. Jetzt habe ich ein Wettbewerb. Also, Trevor, wenn Sie sich an Mr. K., ich glaube, wir sind alle bereit. Was wollen Sie mit ihm machen? Ich würde sagen, er hat seine Wettbewerb gegeben. Oh, komm, bitte. Das ist ein Sport. Das ist ein Sport. Let's go, come on. Ich denke, du... Fuck, let's just go, okay? Ich werde die G-Man fucking scumbags sagen, was zu tun. Was tut mir? Don't ask too many fucking questions. Let's go, get up. Come on, up the fucking stairs. Oh, for fuck's sake. Come on, let's go. Alright. You got a flight to catch. Okay? Let's get you to the airport. Ich bin noch nicht sicher, was es genau ist hier, aber... Mal schauen. Ich kaufe auf Fickes Radio. Ist es sicher, Musik anzumachen? Irgendwas fröhliches so zum Anders? Ja, das ist noch gerne, geil. Wie fühlst du dich? Ich muss nach dem Krankenhaus. Ich muss nach dem Krankenhaus. Ich muss nach dem Krankenhaus. Ich kann dir sagen, ich bin nicht. Niemand möchte nachdenken, Baby. Du bist großartig. Lass mich auf den Schild. Ich denke, ich brauche einen Krankenhaus. Du bist nicht nach einem Krankenhaus. Du musst nachdenken. Wer bist du? Und warum machst du mich? Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht gesagt, was zu tun. Dann warum machst du mit FIB? Ich bin ein Double Agent. Ja? Und wer du für? IAA? Der IAA? Die IAA? Du bist auch, nicht? Der Marshal? Globopo? Who? Globopo? Du sagst Globopo? Du sagst Globopo? Du sagst Globopo? Ich arbeite für die Forsten der Sanitie. Sanitie? Und wir brauchen dich zu erzählen, was zu dir passiert. Von der Sicherheit von einem anderen Land, preferably ein Diktator. Was meinst du? Du hast eine Message. Du bist eine Message. Du bist eine Message, ja? Okay, look, look, look. Ich liebe Torture. Torture für die Sache von Torture? Das ist mein Bag. Aber es gibt Menschen in unserer Regierung, in der Medien, die denken, dass Torture ist eine means zu einem Ende. Sie denken, es wird sie irgendwo bekommen. Wir müssen uns... Bullshit! 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 Torture wird dir nicht normaler Freunde machen, oder dir Informationen bekommen. Departure! Niemand führt mich zum Flugzeug. Ich dachte schon, was ist Musik? Ich denke, was ich bin. Ich bin. Du bist frei. Aber meine Familie ist hier. Ich bin. Ich bin. Um diese Folter-Szene war ja viel Diskussion. Zu Recht auch, glaube ich. So lange ich niemanden den Finger abschneiden muss. Whatever. Vielleicht bin ich abgestumpft oder vielleicht bin ich Psychopath. Kann beides sein. Aber die Szene wurde ja viel diskutiert. Und das Ausschlaggebende ist für mich diese Message am Ende. Von Trevor. Was ich nicht erwartet hätte von Trevor. Aber gut. Diese Message. Folter niemandem was bringt. Keine Informationen bringt. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Das war eine falsche Entscheidung. Aber ja, also dieses Ding am Ende war quasi auf Spielebene ziemlich drastisch. Aber ich glaube, es ist auch nötig. Verdeutlich, dass Folter Schwachsinn ist. Also klar, man muss durchspielen, wenn man wenn man nicht durchspielen. Wenn man das nicht machen kann, ist halt dann kommt es nicht weiter am Spielen. Das ist drastisch, klar. Aber wie gesagt, die Message oder die Idee dahinter ist fast rechtfertigt ist fast. Ist kritisch, aber ich sehe naja, ich habe ja gesagt, was ich davon halte. Mit der Message danach ist okay. Und am Ende des Tages ist es ein Videospiel. Ich habe ja nichts in echt gemacht. Doppelkern. Alter, könnt ihr aufhören? Okay. Ich fahre die jetzt mir an. Waren ein paar Chinesen. Es ist schön sauer zu sein. Ich habe nichts gemacht. Ist mir scheißegal. Heidi. Achso, ne. Hier ist Jizzle, Jimmy D. Ich bin froh, dass ich wieder da bin. Mein Dad verhält sich wie eine durchgeknallte Schlampe. Bringen wir wieder runter. Ich brauche eine Menge Gras. Vielleicht können wir mal saufen gehen. So, ähm. Grüße Sandy Shores. Wir vermissen dich. Hier haben mir komische Leute rumgeschnüffelt. Mhm. Ich könnte zurückkommen und helfen. Die Lost. Was? Ich denke, die Lost sind raus. So. Ich bin's Brad aus dem Knast. Es muss ein Doppelkern sein. Er ist tot. Ich habe Bilder von seinen Beerdigungen gesehen. Warum kommst du nicht mehr vorbei und besuchst mich, Brad? Das wird interessant. Na gut. Ich glaube, für mich war es auch heute. Ich werde wahrscheinlich noch mal zu meinem nächsten Ziel gehen. Soll ich zu Franklin oder soll ich zu Trevor? Ah. Kannst du mal ein Franklin probieren. Einfach so. Ich mache den letzten Song an. Dann habe ich vorproduziert. Und Freunde, was ihr dann macht, ist ja eure Sache. Ja. Für die 700 Meter, es lohnt sich, wirklich. Wie gesagt, wer Musikvorschläge hat, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht nehme ich es rein. Vielleicht auch nicht. Habe ich alles erläutert. Wenn ich es nicht reinnehme, es wird sein Grundkarte haben. Seid nicht sauer. Oder seid schon, mir egal. Das ist ja eure Sache. Das Audio ist ziemlich langsam. Pistock! Weg! Yeah. Hat Spaß gemacht. Ich stelle mich einfach mal zu den Mülltonnen hier, ja? Passe ich ziemlich gut hin. Das ist Tarnung. Und dann... Wiederhole ich mich. Ich sage vielen Dank fürs dabei sein. Speichere kurz. 21 Prozent. Nice. Also was ist das letzte Mal? Jetzt müsste ja was anderes sein. Jetzt müsste es... 23 Prozent. Wie gesagt, ich stehe mal auf 60, 70 Folgen. Was okay wäre. Und was wir sonst noch machen, sehen wir dann. Freunde, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs dabei sein. Bei GTA 5. Schönen Abend noch. Und haut raus. Tschüss.